Und damit, liebe Leute, willkommen zurück zu Half-Life 2 im Synergy-Mod mit dem Korti LP. Hallo, hallo. Ja, ich möchte ihm gerade mal eben hier unten was wegballern, aber ich lasse es dann doch mal lieber. So, wir sind jetzt hier rausgekommen und, äh, ja, jetzt bin ich gerade am überlegen, will ich jetzt hier... Da hinten steht ein Auto. Ah, der Wagen steht bereit. Gut, dann kommen wir mal. Halt, oh, hier ist Munition, ah ne, es ist Energie. Boah, ist das laut. Ja, und ich? Hilfe? Hallo, und was ist mit meinem Wagen? Hallo, warum ist das so laut? Da unten sind irgendwelche Kreaturen. Ja, ganz toll. Super. Ich gehe ja auch mal runter. Könntet ihr den Wagen vielleicht wieder... Ach Gott, die. Ganz ernsthaft? Achso, wenn wir das Ding... Ups. Toll, du kannst mit dem Wagen wegfahren und ich? Hast du keinen? Ne, ich habe keinen. Ne, hier, komm, dann nimm den. Was passiert, wenn ich mich jetzt da reinsetze? Ne, kann ich nicht. Ah doch, jetzt kann ich. Dann hast du auch keinen. Oh, hier hinten ist Munition drauf. Ist doch auch ein Ding, nur in Wirklichkeit. Höh, Alter. Korti! Hilfe! Ich gucke nochmal, ob hier oben ein Wagen ist. Ich glaube, das Level ist dafür nicht optimiert. Aber er klingt gut. Ich laufe dir mal hinterher. Uh, uh, uh. Und er lässt sich schwer lenken. Ich wüsste ja nicht mal, wohin. Ich würde es der Straße folgen. Ernsthaft, du hast dich da jetzt festgefahren? Nein. So. Dann glaube ich, ich muss die hier rüber. Korti! Ich will meinen eigenen Wagen. Oh, halt doch an! Alter, das ist doch ein Ding, nur in Wirklichkeit. Warum bekomme ich hier keinen Wagen? Boah, das ist mir schon wieder viel zu laut. Hier muss irgendwo einer platziert sein. Ich gucke mal hier oben. Nochmal. Aber man muss halt dazu sagen, das Ding hat einen geilen Sound. Ah, da hinten ist ein Wagen für mich. Ich habe einen gefunden. Ich habe einen. Was? Wo? So, jetzt können wir mitspielen. So, da bin ich. Heidi, 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 ho. Heidi, 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 ho. Yeah, yeah. I got the flow. Ich bin der Troll. So, lass die Pfoten weg von Shift. Warum? Doch, nur so. Oh. Okay, ich habe verstanden, warum. Aber ich weiß jetzt auch, wo wir es brauchen. Boah, mit dem Turbo hält der ja gar nicht mehr an, ey. Ähm. Bin drüben. Ähm, Tro? Ja, ich nicht. Ja, was macht er da? Was macht er da? Ich versuche, den irgendwie zu bewegen. Ich habe mich da festgefahren. Wahrscheinlich werde ich gleich wieder angegriffen und dann sterbe ich oder sowas, ne? So, du bist ja drüben, ne? Hm. Das sieht interessant aus. Na, jetzt ist aber wenigstens schon mal unten. Ja, und ich habe mir jetzt zwar wieder mal die Knochen gebrochen, aber egal. Oh, mein Gott. Meine Güte, was sind schon Knochenbräuche? Aber das Sound ist geil. Wer hat das gesagt? Könnte ein V8 sein. Oder, nein, nicht ganz. Oh. Ganz geil. Ich wollte dir einen kleinen Schubser geben. Rechts lang. Nein. Wo wir beim letzten Mal beim Schiff waren. Oder mit irgendwelchen... Ich glaube, ich sollen wir nicht lang, aber egal. Ich fahr mal durch. Ich sehe das Licht am Ende des Tunnels. Oh. Okay, soviel zum Licht am Ende des Tunnels. Da hat man schon immer Kotti gehört. Gab dich wohl. Nein. Ey. Running, running gag. Nein. Doch. Alter. Da vorne ist ein Auto. Warum leckt das jetzt bei mir? Warum leckt das bei mir immer so lang? Ich will da echt mal auf 16 GB RAM stocken. Ah, da vorne ist das Auto. Da ist das eine. Wahrscheinlich, wenn du wegfährst, erscheint dir das zweite. Erinnerst du dich? Oh, das ist sogar ein Zweisitzer. Was? Oh Gott, was habe ich mich hier eingelassen? Wir können ja mal gucken, ob hinten noch eins ist. Nö, ich sehe keins hinter uns, oder? Ich weiß nicht, was du gerade machst, aber es klingt gut. Ich gucke gerade wegen dir, wegen dem Auto. Nö? 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 Doch, da ist eins. Was? Jetzt eins da. Oh. Wir hätten natürlich auch... Obwohl, komm, für die Zuschauer, oder? Was meinst du? Kannst du gleichzeitig schießen? Geh mal rein bei mir. Ja. Alter. Ich wusste, warum ich ein eigenes wollte. Hier, komm, ich kann dir sogar während der Fahrt in den Auto. in den Kopf schießen. Ihr mich auch, ihr Drecksäcke. Ich kann mich leider nicht ganz umdrehen. Das macht so ein bisschen... Was? Jetzt die Frage, müssen wir da hoch, oder? Ich fahre hier einfach mal hoch. Ups. Verdammt. Junge, bremst doch. Du hast es überfahren. Uäh. Du kannst es ja auch überfahren. Das ganze Auto ist voll mit Blut. Wenn auch gelb. Aber ich glaube, hier ist nichts weiter, oder? Müssen wir vielleicht auch mal irgendwas in dem Haus tun? Nicht ins... Nein. Blub, 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 blub. Du, ich hoffe für dich, der Luftfilter ist trocken gewesen. Ja klar. Logo. Das wäre ja geradeaus durch. Oh, da ist der Weg. Da ist der Weg. Oh, ich hab dir einen Knopf gedrückt. Hilfe. Was geht? Wo bist du? Ich? Äh, warum bist du ausgestiegen? Dann bist du jetzt weitergefahren? Ja, ja. Ich hab hier den Knopf gedrückt. Okay, aber warte hier oben... Wieso steht hier oben jetzt noch ein Auto? Ich komme. Oder willst du jetzt noch mit deiner eigenen Karre fahren? Ja, warte, ich fahre schnell zu. Ich bin aber schon wieder da. Vielleicht, ich seh dich aber noch nicht. Ich bin hier unten. Warte auf mich! Au, mein Bein. Was? Hä? Du sollst dein Bein nicht raushängen lassen. Ist aber gemütlicher. Hilfe, jetzt drückt er den Turbo. Alter. Weißt du noch, warum ich vorhin gesagt hab, Pfoten weg vom Turbo lassen? Ach nein, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Warte mal. Den anderen hab ich auch gedrückt. Warte, ich drück den hier mal kurz. Jo. Das steht wieder ein Auto. Jetzt ist es weg. Okay. Alter. Ey, du hast das Headshot. Warte mal, da ist wieder so ein Ding. Und Gegner. Alter, die haben mich weggeballert. Du, ich geb den Tipp jetzt nicht sterben, wenn's noch ein Problem. Zubi. Alter, wo bin ich gelandet? Ich bin in der Schleuner. Du, hier sind Kisten. Hier ist ein Boot. Hier ist noch ein Auto. Ey, hier drin steht ein Hänger. Wollen wir den anhängen? Hast du das Ding schon gedrückt, dir? Wow. Gott, ich hab ein neues Auto. Kannst gerne einsteigen. Wo denn? Wo bin ich hier eigentlich? Hä? In einer ganz anderen Scheine kann das sein. Da merke ich gerade, du bist irgendwo da hinten. Du bist ganz weit da hinten. Okay. Warte, ich hole dich ab. Ich komme. Boah. Mit was fährst du da rum? Geil, oder? Echt jetzt? In den kann ich aber nicht einsteigen. Doch. Interessant, dass der genauso klingt. Aber nicht so schnell fährt. Nee. Aber da vorne ist noch ein anderes Fahrzeug. Das können wir uns auch nochmal angucken. Ja, da. Nee. Schade. So, wenn wir hier... Oh, der hat eine schöne Farbe. Wollte gerade sagen, hast du gut lackiert? So. So. Nicht das Kuppeln vergessen. Ach du, das ist eine Ami-Karre, die hat Automatik. Alter, ich sehe hier gar nichts. Ist ja alles so hell. Alter, die Sonne scheint mir hier aus den Hintern. Warum schieße ich eigentlich, wenn du hier alles überfährst? Oh, warte. Abgedrückt. Und werde angegriffen. Steig ein. Steig doch ein. Oh, ich bin gleich am sterben. Ich habe auch noch 22. Zehn. Was ist jetzt? Ich kann nicht mehr weiterfahren. Er hängt. Hätten wir doch mal die Geländekiste behalten. Runter in den Keller. Hier kommen gleich Hubschrauber an. Ah, ja. Wo ist hier der Keller? Wo ist hier der Keller? Oh, hier gibt es Raketen. Was, 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 was? Ich habe sie schon. Sorry. Du Typ. Wo ist jetzt hier der Keller? Hallo. Ich will zum Lachen in den Keller gehen. Wer passt zu dir? Wahrscheinlich hier oben in dem kleinen, äh, in dem etwas größeren Gebäude. Ja, hier ist ein Keller. Ja, kenne ich jetzt schon alles in die Luft. Hier ist übrigens noch Energie, falls du welche brauchst. Juhu. Ich wollte aber Raketen haben. Ach, die brauchst nicht. Quatsch. Was haben wir hier oben? Oh. Oh, hier oben sind auch noch Raketen. Ja, du, weißt du was? Hier ist eine ganze Munitionskiste. Ja, meine ich doch. Ich habe aber keine Raketen mehr. Ich habe auch dieses Physik-Ding nicht mehr, ne? Das ist auf der, ähm, G. Sechs. Was? Sechs. Hey, habe ich nichts mehr. Doch. Wo seid ihr? Im Keller. Hier kommt ein Gefäder. Hier kommt ein Gefäder. Hä? Hä? Korti, hast du auch bekommen? Sprich ihn doch mal an. Nur schnell eine Fahndung an den Leuchtturm. Dann helfe ich Ihnen. Yeah. So wirklich treffen wollen die nicht, ne? Doch. Also, sie treffen uns nicht, ja, aber. Aber die Raketen auch nicht. Ich habe keine mehr. Oh, ich auch nicht. Gehen wir hoch zur Munitionskiste, mal gucken, ob da noch welche drin sind. Oh ja, da kann man nachfüllen. Ja, läuft. Was? Er ist tot. Oh, ich auch gleich. Ja, halte ich in Deckung. Ja, ich gehe runter. Ich will respawnen. Da bin ich ja wieder. Oh toll, jetzt bin ich hier wieder beim letzten Spawnpoint. Muss ja jetzt wieder hinfahren. Ja, ja, ich kümmere mich in der Zeit so ein bisschen um den Heli. Ey, geh mir doch aus dem Weg. So, jetzt bin ich tot. Da kommt ein Droh gefahren. Du sollst den LKW doch nicht rammen. Mama. So. Ich brauch. Na, komm. Na, komm. Alter. Verdammt. Mich hat sie erwischt. Da kommt ein Korti. Mit voll viel Blut im Gesicht. Aber diese Lenkraketen machen auch, was sie wollen, oder? Ne, ne. Die verfolgen die ganze Zeit den. Du musst ihn immer im Visier haben, die ganze Zeit durchweg. Oh, funktionieren alle. Au, 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 au. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Mann, 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 wo bist du eigentlich? Was geht bei dir so? Ich bin hier vorne. Ach, verdammt. Hat er dich erwischt? Ja, ja. Oh Mann, ich will rein hier. Ich will Energie haben. Oh, ich glaub, unten im Keller war noch Energie. Nein. Der hat sich da... Oh, oh, sie heilt einen. Was? Die heilen einen, die heilen einen. Hier ist ein Medikit. Kam gerade. Das ist ja geil. Oh, da... Oh, und Munition komplett. Das ist ja geil. Ach, Mann. Oh, sie hat's erwischt. Ich rücke zum Thema, sie heilt einen. Wie viele Buggys hier mittlerweile rumstehen. Hallo, Medikit. Ja, nochmal. Komm. Gib mir noch ein Medikit. Ja. Jo, die gibt mir Muni. Geil, erledigt. Jawoll. Job's done. Heilung? Heilung? Heilung. Heilung, 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 Heilung. Und jetzt? Okay, und jetzt? Hab ich so gerade gesagt? Ich frag mal hier unten nach. Das hätten wir. Sie haben den Hubschrauber erledigt, Dr. Freeman. Ihr Ruf, mein Herr, ist wohlverdient. Tja, danke, danke, danke. Ich lasse sofort das Tor für Sie öffnen, damit Sie weiterfahren können. Dr. Wans benötigt dringend Hilfe, nicht wahr? Ja, ja, genau, genau, genau. Nähern Sie sich der Brücke mit größter Vorsicht. Funkstille von diesem Vorposten legt den Schluss nahe, dass die Comban dort sind. Sie sind der Richtige für diesen Job. Wenn jemand durchkommt, dann sicher Sie. Viel Erfolg. Sagen Sie Dr. Vans, dass Colonel Cubbage bedauert, ihn nicht selbst rennen zu können. Da war ein Stuhl in deinem Bein. Warte, 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 warte. Du sag mal. Sitze. Und weiter geht's. Oh, eine Folge mit Überlänge. Oh, ich schieße das mit Raketenwerfer um mich. Oh, scheiße. Ja, ha, 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 ha. Wenn das Level noch 10 Minuten weitergeht, dann muss ich, dann cutte ich. Ne, ich denke mal, wir sind jetzt hier gleich. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich über die Sache. Ich bin euer Trohard Rein. Tschö, tschö. Gab dich wohl und tschüüüüüüss.